hallo zusammen liebe freunde eine eilmeldung an euch alle von der goldenen insel ich sitze wieder mit meinem nachbarn im garten und wir möchten euch mitteilen dass sich bei uns nicht viel geändert hat es ist sehr ruhig um uns herum beinahe schon gruselig unheimlich ruhig wir sind nahezu allein ab und zu taucht ja hier ein gestrandetes bleichgesicht auf niemand kennt den typ wer es ist was er macht woher er kommt wohin er geht plötzlich ist er verschwunden aber wir halten die stellung hier wir können uns frei bewegen moped fahren im meer schwimmen in die massage gehen ein bier trinken im garten und lieder singen und deshalb sind wir ja so dankbar dass wir hier noch auf der goldenen insel leben können wie es weitergeht das weiß kein mensch darum freunde noch einmal alles gute für euch liebe grüße von der goldenen insel macht weiter lasst es euch gut gehen lasst euch nicht unterkriegen auf ein baldiges wiedersehen mit euch allen das wünsche ich mir herzlichst euer franz schiffmann ein 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 Vielen Dank.